So, ich habe die Zylinderlehne, diese Entwässerungsszene noch vorsichtshalber aufgelassen, wenn noch Kondensat sich will, dass das raus kann. Ja, ich habe gestern Abend für mich das Ganze hier nochmal ausprobiert und war wie immer fasziniert von der Ästhetik. Wenn Sie mal gucken, wie damals die Dampen, die Öler, die Ölbasen gestaltet waren, das heißt die Teile waren langsam auf Ausschmückung. Und dann hat es Spaß gemacht. Das war's. 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 Das war's.